Dreckmark! Oh! Joan! Rede geht los, Ladungen gehen hoch! Ach ja! Den kennt man ja noch! Und das heißt? Ja stimmt! Und dann was? Danni tötet El Presidente! Wunderbar! Hey Danni! Danni! Was für ein geiler Supremo! Ich soll Anton Castillo töten? Heute? Anton hält heute seine jährliche Unabhängigkeitstagsrede im Hotel Paraíso. Nee, glaube ich nicht. Horn? So eine Chance gibt's nur einmal. Wir schlagen der Schlange den Kopf ab und machen uns Stiefel aus ihr. Und du bist einverstanden? Kannst du weiter reinschreiben? Und Kolbi? Ich denke drüber nach. Und Marschel. Und du so? Ich hab noch nie einen Präsidenten umgebracht. Ha! Das ist ein Attenzap, Dani! Pures Gerirne! Gott, ich muss duschen! Und... Wo ist das hier? Kaffee Karte? Ja, sieht gut aus. 30,90er Leute. Hey! Ich rufe dich an! Hahaha! Er ist zu begeistert. Er hat recht. Töte Castillo und die Böse... Warum sind wir eigentlich alle so dreckig? Ah, ich weiß es nicht, Mann. Wer weiß? Ich glaube, wir müssen alle mal gucken. Wer weiß? Ach, Quatsch. Äh? Äh? Warum guckt die einen so an? Hä? Wie will einen? Achso, ja. Ja, aber die guckt mich auch so an. Warte mal. Das sind die Schaden die, ne? Das ist meine! Was? Was? Erstmal hier die Bombe mit mir. Hi! Moin! Hebe die Faust runter. Sieht aus, wenn du mir eine Baubox willst. Haha! Guck mich aber auch. Haha! Äh, keine Ahnung, warum wir so aggressiv stehen. Mal was können. Hier gab's noch ein bisschen Loot. Warte, 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 warte. Echt? Und, äh, krasse Bank. Krasse Bank? Krasse Bank. Krasse Bank. Ähm. Ich hab auch noch ne Frage. Wer ist mit dem Dünner da an? Achso, was ist denn sowieso? Ist Dünner noch nicht fertig? Verstanden. Verstanden. Und wie zünde ich sie? Gar nicht. Klar. Und ich lass die Vermittlung des Esperanza platzieren. Hier oben. Warte, ich komm wieder runter. Okay. Du spielst die Tourer. Und ich bin derjenige. Hallo. Jetzt bin ich hier hinten. Das ist einfach sehr gut. Hä? Was wirst du tun, wenn du dich vergegnest? Digga, was machst du hier? Kletterst du hier rum? Ne, da sind aber sehr viele Gänge und was weiß ich was. Aua. Hahaha. Schau mal. Digga, steck die Waffe weg. Hier ist die Stadt voll mit, voll mit Gefahr. Scheibe. Dein Handy ist nicht verfügbar, oder? Brauchen eine Gurke vielleicht. Geschäle, Digga. Uh. Ja, die Gurke. Ja, die Gurke. Oh, Digga, was war das? Oh, du ist gut das mit Reden. Oh, jetzt müssen wir gucken. Nicht, dass die zu stark sind, oder? Die sind nur so stark. Hören wir die. Müsste jetzt noch nicht. Du hast schon wieder deinen Bandito gerufen, Ganna? Ich hab schon wieder G gedrückt, Digga? Naja, du hast das. Du müsstest, dass du nicht machst. Oh, okay. Viel zu einfach. Glaube ich. El boom de Juan. Äh, du Juan. Nice. Ich mach mal mein Amigo wieder weg. Amigo. So, das hätten wir. Dann noch 150 Meter in das Riedom. Moment, hier gab's doch wieder was zu tun. Ja, alles gut. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Was ist denn ein Riesenmüll von? Achso. Alter, egal. Hier gab's einfach eine MP. MP15, ne? Ja, nein. MP7, hä? Wo viel wir noch was zu tun haben? Weil wir's können. Wieso geht das zu uns Ritterform? Ritterform? Ritterform. Ritter, irgendwie so, ja. Ritter Sport. Ritter Sport. Ritter Sport. Ritter Sport. Ähm, warte mal. Ähm, was? Äh, so, jetzt muss ich über meine eigenen schlechten Witze lachen. Ritter, was hast du gerade gesagt? Nix. Ich hab dich gehört, Mann. Der Stören der öffentlichen Ordnung, Verzögerungen von Prozessen und Gewalt bauen das Paradies nicht auf. Achso. Ich glaub, dir durch die Kanalisation kannst du so ein bisschen die sicheren Wege nehmen. Ja, sichere Wege sind für Muschis. Wir sind Muschis. Nein, wir sind harte Kämpfer. Wir sind Männer. Männer wie wir. No passe, zona militar. Militar, keine Ahnung, Digga. Ah ja, Grüße gehen raus an dich. Hier von Colby. Yeah, grüßes Resi. Nimm mal Hufwaren mit. Lass mal ab. Hufwaren. Hufwaren. El dente Prezi. Nein, du machst nicht aller. Oh, da hinten steht Panzer. Oh ja, das seh ich ja jetzt erst. Den kriegen wir weg. Den kriegen wir weg. Ja, du machst das rum. Ein kleines Feuerwerk zu unserem Jahrestag. Das ist meine Stadt, Mann. Ich kenn mich hier aus. Der Scheißer. Deine Hood. Zweite Ladung gelegt. Cool, mach mal. Oh mein Gott. Wieso brenne ich jetzt? Wieso nicht? Geht halt Hals her hier. Geht halt. Ah bid. Ahahah. Oh. Ahaha. Festste Bombe gelegt. Juhu. Kimmel. Top one, oh mein Gott. Echt jetzt? Die Pakete wurden abgeliefert. Ich muss mal eben her. Links wie ein verkackter Briefsträger. Ich habe die Bomben platziert. Ich habe dir ein Foto geschickt. Ich bin der Schaden. Ich komme. Ich bin auf den Weg. Ich bin der Schaden. Ich bin der Schaden. Ich bin der Schaden. Aua. Aha. Geheimer Mission. Ich glaube, du meinst deinen besoffenen Onkel. Ich habe eine geile Mission. Ja, richtig geheim. Ich bin der Schaden. Ich bin der Schaden. Ja. Hä? Wieso? Ich mache den Panzer jetzt. Ich kann dich helfen. Danke. Mann, 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 Mann. Immer am Boden umliegen. Ne? Das kann ich gut. Das war richtig geheimliche Mission, muss ich sagen. Krass. Ja, ne? Äh? Wieso? Die Bomben sind überall... Ja, das stimmt. Wir haben ja eigentlich alles aufgeräumt hier. Warte, ich muss mal eben was machen. Ey, yo. Ey, ey. Falsch. Ey, 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 ey. Ey, ey. Wie ist das? Ey, ey. Ey, ey. Damit hab ich den noch weggemacht mit dem... Mit dem komischen Beschützer, ne? Mein Team. Wie bist du da lang gelaufen? Aua! Tür? Tür? Ach, Tür durch den Gang so halt, ne? Ich liebe diese Waffe. Ich liebe diese Waffe. Welche? Die ich hab. Achso. Welche, die ich hier habe? Alter, als ob die jetzt an diesen Leichen hier rumgeknabbert haben. Welche hast du denn? Hm. Ja, du, ne? Was aber mag ich? Welche habe ich? Ja, warte. Arsenal. Die MS-16S. Die aranische SRA. Und M133. Und ne tödliche Dosis. Ne Pistel. Ja, mit ihm so. Okay, 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 okay. Hier, Lost Place Tour. Oh, Rohrbruch sieht gar nicht gut aus. Alter, der Hund, der lässt sich gar nicht bewegen. Oh, da ist die Kiste. Sehr gut. Kann man sich mal eben hin. Daran geh ich noch. Da ist noch einer. Oh, oh, oh. So Leute, dann alle die Hunde mögen, ne? Oh, da steht noch wer. Danke. Danke. Kein Dingu. Easy. Sorry, Doku. Sorry, Doku. Ist so. Aber naja, was müssen wir machen, ne? Wo war die Kiste? Wo war die Kiste? Wollte mal in die Kiste hin? Ja, mach. Kein nix. Ach, da auch nix. Äh, Gegner? Ne. Ne, ne. Gut, gut, gut. Ähm, Primärwaffe ist diese. Oh, da ist noch was. Schrotti, Schrott, Schrott. Mach mal Schrotti, Schrott, ne? Uuuh, Loot. Hehehe. Loot. Ich hab noch Handtaschen klauen. Was darf ich denn? Ich nähre mich, Juan. Juan. Oh nein! Gefekte! Hä? Was ist hier los? Jooh! Alter, Aua! Juhu! Juhu! Vaco! Vaco! Gibt's hier wieder, gibt's hier wieder Griech! Mierda! Danke! Bitte! ist kein krieg mehr kriege schon vorbei als einer fragte und schläft und kolgy und ich überleben haben Spaß hier zusammen das liegt viel weiter das macht das sind Aua! Ja! Oh! So! Ja sicher! Easy going! Du musst nach oben kommen! Ein bisschen hüpfen, wie ist das? Ein bisschen hüpfen, wie ist das? Du musst mit dem Haken nicht einhaken und so ein bisschen rum springen. Erstmal muss ich hier wieder hoch. So, dann laschen wir hier mal hoch, Freunde. Hier ist zu lange Spaß. Da los! Okay, warte, einen Moment. Alle Gute, hier sind drei. Haken, ein Haken, wo? Wo Haken? Da Haken. Da oben. Da oben. So, kommt da. Wie kann ich, was gibt's nochmal? Ja genau, und da musst du jetzt gleich, äh... Ich bahne euch nicht, keine Sorge. Bei mir ist, äh, trollen und äh, jeder Streamer ist für das verantworten, was in seinem Chat geschrieben wird. Hinti, 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 hinti. Oh, der ist auch ein bisschen stärker. Soll ich mal den versuchen, da wegzumachen? Nee, 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 warte mal, warte mal. Ich kann aber ohne Schleise machen. Wir müssen mit dem Du hier sprechen. Ja, dann hast du das mal an, Quatsch über den Kopf und malen. Okay, dann spreche ich den Herren jetzt mal an. Ich bin's auf jeden Fall. Ja, natürlich, deswegen, ich, ich weiß es nicht. Deine waren die Letzten. Alles cool. Oh, wir haben's tot. Joah, ja. Juhu, juhu. Achso. So willkommen, wenn nicht geschossen. Für mir nicht ohne Castillos Eier zurück. Okay, er mögt Castillos Eier. Ah, jetzt muss ich echt die schwitzigen... Ich bin tot. Scheiße. Also, ich höre dich nur schreien. Da war ein Seil, ne, zum Ziehen. Ja, hab ich nicht gesehen, ich wollte da einen runterspringen, falschen Möffen und da so hinten gleiten. Was ist schon wieder los mit Guapo, also? Sobald Guapo, sobald Ere gibt, kommt Guapo, Alter. Ja, der will helfen. Ja, der will helfen. Ich bin da. Ich hoffe, die anderen Zuschauer stört, ist nicht zu sehr. Nee, ich denke, alles cool. Ei! Ich habe einen Chat, der nicht immer ein Bild, sondern... Das ist Guapo. Von daher, denke ich... Wenn die eher gucken wollen, stört das. Das ist vor allem nicht mal mein Guapo. Naja, das ist mein Guapo. Guapo. Mich stört es nicht. So, dann rein, da würde ich sagen, oder? Ja, ja. Waffe raus, guck mal. Die Polizei kommt auf und alles kommt, Krieger. Wir müssen hier zack zack. Rein, raus, Aktion. Stürm! Warum kommst du so fucking hier? Action! Ah! Na loves noch. Marc! Ah! Ah,ll Scratch! Was? Ah, ich weiß nicht. Ah! ja ja action ja den habe ich vergiftet eigentlich aber naja während der Revolution der Terroristen 1967 und dann 50 Jahre lang kostete uns diese Revolution unsere Hoffnung es lohnt nichts bis heute hallo und schön war mit einer unzieher für meine Familie das ist doch alles nicht ernst gemeint was ich schalte aufzug? aufzug? äh da ich die selben Träume für meinen eigenen Sohn Diego hege hier gibt es noch was zu tun da ist der Schlüssel für das Penthouse ihr habt mich gewählt um das Paradies wieder aufzubauen da sind so viele Starker ein hier warte mal ich hab ne her er kriegt nicht gern das halte ich von deiner Vision oh schlau da musst du aufpassen Marcel das ist auf jeden Fall also mach die Tür nicht auf dann dann komm so perfekt ab zum Fahrstuhl der Bruder bringt ihr zu alles split ui oh quats ach ich hole nicht ja Prikadelle alles digga komm ran neuer Revolution neuer Revolution die hat einfach runter springt und einfach vorn wie aufs Maul fliegt hihihi ja herrlich er kann mich hier drinnen bewegen ne schade ja ich hab voll die andere Pistole das ja voll da mal weg mhm als ob der das da oben nicht gehört hat dass da unten gerade übelst die Schießerei war ja heftig ne die hier die schlafen hier oben noch Marshall muss hier nix mal denken die die beiden sind äh die die reden immer so ist alles ne joke alles ne joke kannst du Anton sehen? Dani? hier ist niemand leider ich glaub die Rede war aufgezeichnet das ist ne Falle Anton Soldaten sind unterwegs verschwinder du hast mich auf dieses Boot gebracht wieso lebst du? ich bin Fortunas Nummer 1 wie heißt du? Dani und du? du weißt wer ich bin du willst meinen Vater töten letztes Mal wolltest du doch unbedingt weg von deinem Papa das war falsch von mir warum? darum achso Fortunas Nummer 1 er ist ein Monster Diego er wurde so erzogen und du etwa nicht? du wirst mich nicht töten komm drauf an ob du nochmal schießt hm ist ein Argument wenn ich fliehe findet er mich wenn er mich findet werden Jeraner leiden verstehst du es nicht? er lässt mich niemals gehen wie alt bist du noch gleich? hast du Familie? Anfang 40 würde ich schätzen ja ich glaub der war 13 oder so ja Anfang 40 habe ich gesagt wasch dir mal die Haare du musst Jahre verlassen er hört erst auf wenn ihr alle tot seid Mierda ich bin in Deckung das geht im Tüter hier lang Alter geil Geheimgang du Dani mein Papa ist krank deshalb ist der nicht hier komm im Kopf ja ja das auch herrlich 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 wahrscheinlich ist der wirklich kaputt alter der Herr am die Vielen Dank.